Ich bin da jetzt noch nicht zu Ende, okay? Ja, jetzt sind wir wieder hier zurück und ähm ja, wir mussten den letzten Part leider ärgerlich abbrechen, weil wir fünfmal die Turm laufen lassen mussten hehehe und deshalb ist es halt so gekommen und bald hat es noch mal die gute Messe, als wir noch vor der Halbzeit den Part beenden mussten das tut uns leid, aber das wird die nächsten Male hoffentlich nicht so sein also, dass wir ein Partner entnüssen was? naja, da kommt auch nur bei Heimspielen kommt da ja noch und dann kommt die Einlaufmusik da vor na es dauert ja alles mhm aber wir sagen die klar dominierende Mannschaft ja, auf jeden Fall sind wir die Bessermannschaft schön abgeblockt spiel spiel einfach, warum geht der nicht hin Bastosch ich bin ganz frei durch wie soll ich da spielen und genau deshalb ich hab doch da jetzt noch nicht grätschen müssen wer drin gewählt ja, genau was kam total scheiße ja oh, fünf verschiedene ne, zwei Mal Traxler und zwar mal Marika ja ok aber mal zusehen wie es weiter geht und Bayern für gegen Juventus 1-0 no loaded jerry jones joh ah aber nicht passt aus sondern passt los ich komme ich habe eine Gegend aber da wo los ist aber ich bleibe für die Antalle starke Flanke gut geklärt ich wusste nicht wie sich ein Verkonten Rufschüsse haben wir nur viel mehr und wir haben eine schöne Schauswerte was machst du denn kommt nicht auf deinem Tor ich wollte nicht auf sein und geht das noch schief und das ist unglücklich hildbrand fest dass man jones und sein landen untereinander weg laufverfahren klasse gut eingeleitet abgedrängt und dann gibt es reich du wachst für die jahre zu haben draußen Uschida jetzt nur ich den Moment mit dem mit Marika ach so lang Kastos kriegt nicht mehr weil die ganz schwach Alarm kommt für Pinzi und sie jones kommt nicht dran oh fuchs die Natale und oh die Natale verlässt das ist nicht die Natale es ist Alarm der ist gerade angeweckt worden Alarm der Alarm nicht Alarm Merkel kommt oh Alexander Merkel wir bringen die jetzt erst rein was sind die dumm der findet der jetzt richtig gut also wirklich ich finde ich zumindest oh über das mit dem Patzer das ist die Natale auf den müssen wir auch passen Hildebrand stark falls wir auf Profi umstellen sollten müsste Hildron diese Paraden auch dazu Oh schön wieder stark aber jetzt wird Uli nennt sie stärker schick mich stark Marika ich versuche mit Verfahren irgendwie noch nie mitzukommen Marika Flank ah ich wollte spielen sorry ich habe es erschießen müssen aber er hat sich ja selber verletzt eben der aller oder die allein aber doch bloß deshalb können wir uns da kein Vorwurf machen schade gute Idee nicht gut gegangen klassisch wie da das ist klar es ist sehr stark aber Hildebrand ist auch sehr stark wie ihr den hält wachst du aus fuchs fuchs der marschiert aber zwar bei verlust aber wieder klasse zurück erobert verfahren läuft dann klasse schuss man muss es ja auch probieren ec fachmann neu städte neu städte war aber auch nicht so gut kommen wir wechseln nochmal ja ja kommen wir bringen können Affelei ja für Bastos und für Traxler nochmal Raphael und Pugila mit der Systeme auch noch mal zeigen kann für Marika weil es ist ja ein Duell der beiden Pugila und Marika werf Hunde da vertreten darf genau so ist es passt das sieht auch richtig echt aus ja auch zweifeln stehen ganz weit vorne abseits was wäre denn so abseits gewesen merkel oh das ist merke selder und den freistuss raus merke selder waren bei hoffen der Möglichkeit und Abweil gleich mal auf Raphael die neuen Raphael Abweil läuft Pugila Mitte die drei die drei neue aber die 3-0 hatte schon die Fahne oben aber aber die 3-9 waren letztendlich zusammen spielen gut davor und das ist der Pasta Neustädter ah schade Pasta auf die Natale ja in der zweiten Halbzeit ein starker Eindruck macht was war denn der Torwart ich wollte da mit Dichs 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 oh mein Gott wie sieht das nochmal das so ein Krieg mal geht aus was macht der denn für für Parteien Riesenwähler von Diemuldebrand der soll so ein starkes Spiel gemacht also aber der mit Dichs kann man kein Vorwurf machen schicken mit was sie aber nicht stand das ist ja noch Geld das ist scheiße das ist ja da waren es egal es ist nicht egal das Freundespiel kann man ruhig mal inzwischen glauben ja trotzdem das ist nicht nötig für Abschalt einfallen na gut wohin soll ich jetzt spielen da das Verstand spielt so waren abgefälscht ah ich wollte zuerst nochmal reingräschen nach Merkel Jo und und stark und noch stark jetzt auch aus dem Luftaffenlei ganz frei aber es gibt es auch aber auch und zu uns mit dem kosten Fuchs 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 Schade Fuchs 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 f момент 획 Fuchs 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 sie